Ich habe meine Drahtzieherausbildung als bester Deutschlands abgeschlossen. Die Firma hat Talent in mir gesehen und mir ermöglicht, dass ich meinen Industriemeister im Metallwesen mache und jetzt bin ich stellvertretender Werkleiter im Werk Iserlohn. Wir produzieren Draht für die Automobilindustrie. Aus unserem Draht werden Schrauben und Verbindungselemente hergestellt. Das sorgt dafür, dass Autos sicher auf der Straße fahren können. Ich trage Verantwortung dafür, dass alle Kundentermine eingehalten werden können, alle Maschinen genug Draht haben und alle anderen Prozesse laufen. Schwarze? Ja, hi. Ich rufe dich gleich zurück, ich habe gerade keine Zeit. Ja, alles klar, bis gleich. Tschüss. Hier empfängt mich jeden Morgen ein gutes Team aus kompetenten Mitarbeitern, mit denen das Arbeiten einfach Spaß macht. Mich begeistert Organisation. Was begeistert durch!